Warum muss Merkel denn weg, Ihrer Meinung nach? 200 Euro im Monat leben. Deswegen. Und daran ist Frau Merkel persönlich schuld? Ja. Sie hat so viele Verbrecher ins Land gelassen und unternimmt nichts. Sie sind Terroristen, wir haben sie alle. Merkel muss weg! Und dann kam so ein Junge, er hat seine Mutter beleidigt. Mahmoud nimmt so seinen Kopf und gibt ihm so eine Kopfnuss. Der eine hat so eine Beule bekommen. So eine große Beule bekommen. Hallo zusammen. Vielleicht kennt ihr das, dass ihr manchmal nicht so richtig ins Lachen kommt oder dass ihr euch über irgendwas ärgert. Und dann könnt ihr euch erinnern, dass es hier einen Lachschalter gibt. Den kann man so anmachen. Und wieder aus. Damit könnt ihr immer euer Lachen an- und ausmachen. Vielleicht ist er bei euch ja auch woanders so am Ohr. Oder an der Nase. Es gibt ganz unterschiedliche Lachscherde. Vielleicht müsst ihr euch auf den Sturm tippen. und so. So. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Khepp.